Die Leiter ist da, das werden Sie gleich sehen, hoffe ich. Jetzt erst mal herzlich willkommen on stage, unser Team. Das Team von Hashtag München wird sich wahr und sein Unterstützer. Willkommen. Einige können leider nicht da sein, andere begrüßen wir hier also ganz herzlich. Also einfach mal ganz kurz winken, was die Herrschaften so en detail beschrieben haben, zur Frage, warum sie hier Unterstützer sind, das können Sie auf unserer Homepage sehen. Jetzt machen wir halt nur kurze Bestandungsaufnahmen. Also, es gibt ja eine, die kirchlich aktiv sind, sei es Rabi, Imam, Mischof oder katholische Reformgruppen. Kirchlich aktiv. Und dann haben wir den Politiker. Nichts mal, dass uns ein Leuchten-Symbol für Solidarität in der Corona-Familie gestaltet. Genau genommen werden wir hier in der Rettung, unter anderem auch mit diesen kleinen Schlitzmen, die wir bekommen haben, den kleinen Rettungszwecken. Wer von euch hat denn so eine Rettungszwecke bekommen? Bitte mal, danke euch. Ich muss diejenigen bitten, die nicht Presse sind, hier wegzugehen. Wir sind da aufgefordert, hier keine Leute zu haben. Bitte. Also Presse darf da bleiben, aber alle anderen bitte nicht. Alles klar. Alles klar. Okay, aber wir müssen jetzt nicht nur ein bisschen lauter sprechen. Oder ich muss ein bisschen lauter sprechen. Also ich bin auf jeden Fall persönlich große Verfechterin der Maßnahme. Und dann hab ich hier auch noch einen freund, der dich. Nichts von dem ergibt zwar Sinn aus freundessicht. Wäre eben doch kein großes Ding, das geht hier nicht, weil dich kein Wort erreicht. Warum vermischst du alles und wärst dich voll im Recht? So viel Selbstgefälligkeit, die steht dir ehrlich schlecht. Nein, ich habe auch keinen Masterplan, das ist schon klar, es geht auch nicht ums Recht, sondern um die rechte Gefahr. Nein, Trump ist keiner von den guten, war er auch noch nie, das hast du auch mal selbst gewusst bis vor der Pandemie. Inzwischen likst du Faschos und teilst sie mit der Welt, aber klar, ich bin die, die sich hier strange verhält. Entfreunde dich, wenn du denkst, dass ich ein Schlafschafter bin, entfreunde dich, nichts von dir mehr gibt zwar Sinn aus, Freundesicht, wir reden doch kein Kind.